Mein Name ist Elisabeth Arztmann, ich bin eigentlich Tirolerin, bin 1964 geboren in Innsbruck und aufwachsen in Jenbach. Ich habe dann die Ausbildung zur Logopädin gemacht. Zu dem Buch, das gibt es jetzt seit September 2021 im Buchhandel oder eben auch bei mir persönlich zu kaufen. Und was mich eben schon sehr, sehr lange begeistert ist der Limerick. Der Limerick ist so ganz eine besondere Reihenform, die in England entstanden ist und von der Tradition her so ähnlich ist wie bei uns eher die Stanzen. Und das besondere am Limerick ist, dass sich eben die Zeilen 1, 2 und 5 reimen und die Zeilen 3 und 4. Und der Limerick hat so ganz einen eigenen Rhythmus, das ist so ein bisschen wie ein Holzer-Takt, also ein Dreiviertel-Takt. Und vor einigen Jahren im Urlaub habe ich mir dann gedacht, eigentlich wäre das total nett, einmal Kindergeschichte in Limerickform zu schreiben. Ja, und dann habe ich diese Geschichte eigentlich relativ schnell geschrieben und die ist dann eigentlich vier Jahre irgendwo umgelegen. Und dann habe ich irgendwann einmal heuer im Winter gedacht, ja, das wäre eigentlich ganz nett als Kinderbuch. Und dann habe ich das eben an den Heranhofverlag in Oberösterreich geschickt und die Pflegerin war eigentlich gleich ganz begeistert und sie hat das Buch dann auch illustriert und das finde ich also die Illustrationen einfach sehr, sehr gelungen und sehr nett. Ja, und so schaut eben das Buch aus. Und ich werde jetzt einmal nur vielleicht zwei so Strophen vorlesen. Das eine steht hinten drauf und fasse die ganze Geschichte ein bisschen zusammen von der Tilda, von diesem Hund und das geht so. Mit Tilda dem Huhn auf der Reise begegnen wir Raben und Meise, dem Span und dem Luchs, dem Specht und dem Fuchs in außergewöhnlicher Weise. Die erste Strophe ist Tilda. Ganz plötzlich denkt Tilda das Huhn, ich will nicht den ganzen Tag rum, das wird mir zu dumm, ich flatter mal rum, wir wissen was anderes zu tun. Ja, und so geht es dann weiter mit der Tilda. Zott und Jan